so leute herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft auf Master Builder Server und wenn so ich habe meine wirklich gemacht und jetzt auf jeden Fall spielen wir aber was sollen wir dann spielen Bomblobbers ich kacke und wir sehen uns damit zu uns geht und er hat keine Eiferschein dabei das geht du bist nicht Eiferschein ach nein der jetzt auch noch lüge oh mein Gott was ist das Schiffchen schlugner also was ist das Schiffchen schlugner mit S schlugner schlugner ok scheiße ich nehme gerade richtig viel Schaden aber auch Angriff auf den goldenen Typen Schiffchen schlugner und TeeTee liegt neben ihm ja ok erste Runde da so wir sind in der zweiten Runde Mega Leg Mega Leg Mega Leg ah ok jetzt was hat er eigentlich zu Weihnachten bekommen ich glaub das wird eh? nein nicht du ich meine der wird mein Zuschauer oh fuck fuck ich bin tot nein 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 bin ich bin ich der einzige nein oh fuck ich muss das mal recken ich muss jetzt auch noch entlangs nie what the fuck ich will ich glaube ich wird schlammend aber nein du ich nicht ich bin so auf den kleinen Karten so schlimm ist das so eine ganze Gegend und ich bin voll gerecht vor mir war direkt hinter mir, ich hab's mir wohl überlebt ich glaube es die ah okay schon ich bin voll jetzt Wir spielen Susi Ok cont es ist locker und er es gibt die Klammer die die Hälfte in der Hälfte er bekommt sie nicht Prozent Uhr Prozent Lass das doch mal! Roboter! Hör auf! Und wird jemand schon direkt davon getroffen? Nope! Ich brauch TT! Und hochgepottet, das bedeutet! Und ich sag jetzt nur, ich kann springen! Das war's jetzt aber auch wirklich, ciao! 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 Ciao!